Liebes Publikum, ich möchte euch die neue Ausgabe meiner Lieblingszeitung ans Herz legen und zwar die Viva Bums. Da steht zum Beispiel was drin über Nelly, der US-Rapper über Beziehungsstress, schlagkräftige Bodyguards und seine protzigen Klunker. Und geil, hinten auch noch so ein Bericht über einen Tigerfilm und da steht, alle Szenen mit den Tigern sind super. Das alles in der hochprofessionell gemachten Viva Bums und genauso professionell geht auch unsere Clip-Auswahl zu. Da sitzen dann unsere Fachleute und gucken sich an, was die Plattenfirmen so schicken und außerdem gucken sie natürlich, was die Plattenfirmen für Argumente für die Hittauglichkeit der Songs liefern. Wir sind ja kein elitärer Sender für Randgruppen, sondern ein professioneller Young Entertainment Kanal und auf diesen Infozetteln, da stehen dann so Sachen drauf wie zum Beispiel E-Mail-Ausland zur VÖ an drei Millionen Fanadressen. Oder Modesshooting mit der Petra. Dreisatt, Kulturzeit, Abspann, Airplay-Charts neu auf Platz 97 und jetzt kommt's Jugendformat-Charts neu auf Platz 17. Was es nicht alles gibt. Wahnsinn kann ich da nur sagen. Ich rede übrigens gerade von Nelly Fotado und hier ist sie mit Explode und diesmal werden auch keine Menschen gestapelt. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.